Waffenschaden. Centos? Ja, ich seh's. Ich seh's. Nein. Lass. Lass das. Nein. Och, nö. Ja, au. Ich hab da gesagt. Was? Warum? Was? Verdammte Axt. Warum? Was ist mit ihm denn jetzt falsch? Ach. Alles. Alles ist mit dem falsch. Wenn er sein Gesicht wechselt, dann wechselt er seine Fähigkeit. Sag ich dir jetzt schon. Mhm. Da ist Eis. Wo hat er sich? Ich suche den Kripp Schaden zu. Ich auch nicht. Okay, Schaden bekommt er aber. Ja, aber wie? Ein Gesicht oder wie? Ja. Scheint. Aber nur... Ja, Gesicht. Und Hände, glaub ich, oder? Ne. Also nicht. Die sind scheiße zu treffen, die Hände. Oh, Boden. Hä? Ach, geil. Ja, wir hätten hoch. Ja. Weil der Boden elektriziert. Und ich schaff das natürlich nicht. Ich bin zu blöd. Ja. Ah, fuck. Rizinus. Okay, sein ganzes Gesicht. Centros? Dankeschön. Ja, du weißt, dass Gegner auch in der Luft fliegen, ne? Hm. Hm. Ah, du Christ ist... Boah, der hat auch noch Zieschaden. Der zieht auch noch einen ran. Die Sau. Boah, schon klar. Okay, ab und zu mal die Gegner rummachen hinten. Oh, jetzt seine scheiß Fratze. Was macht der denn? Oh, ja. Hast du da sehen? Ha, guck mal. Oh, ist der Hüll. Hm. Ehrlich, ich riskier das ganz schnell. Du hast was auf, der schiebt dich. Jaja, soll er so. Mach das hier. Oh, Fäuste. Bam, frisst das, du Arschgesicht. WTF. Hm. Und das tue ich mit Schutzschild. Ah, guck mal, man kann sein Ding da vorne zerstören. Welches? Der wechselt gleich wieder, pass auf. Sein Gesicht zerstören, meinst du? Hm, ich glaub, das wechselt gleich. Ich glaub, ich nehm... Alter, krieg ich schon wieder Clappy Bomb. Ich will da nicht nah ran. Hier, fast. War ich nicht, war ich nicht, war ich nicht. Ja, guck da, siehst du, guck mal sein Gesicht. Jetzt müssen wir ihn vollkanne erledigen. Wow. Wow. Ich weiß nicht, was es wird, aber wir gehen beide drauf. Nee, nee. Guck mal, wie weit du da oben bist. Hier, Fress. Im Sackgesicht. Wow. Ich bleib grad stehen, ne? Der hat dich im Fokus, ne? Der ist gleich da und der ist gleich da und der ist gleich da und der... Jawoll. Ich glaub, jetzt wechselt er sein Gesicht. Nee, äh, der hat noch was. Äh, der wechselt sein Gesicht. Der wechselt ja auch. Ja, sicher. Und neue Runde. Knack, knack. Aber wir wissen schon mal wie das geht. Ja. Äh, es kommen alle drei Stufen nochmal. Aber... Vorsicht! Jetzt fiel mir das leichter. Ich will wissen... Oh, ich bin down. Nein, bist du nicht. Alter, der Schockschein wird immer heftiger. Ich bin gleich da. Wenn ich nicht auffass. Okay, da müssen wir definitiv immer ausfassen, dass... Das nicht. Hier, Fress. Hallo, was macht mein Schild viel Schaden, ne? Hm. Mach dabei noch... Oh, was kommt jetzt? Nein. Hau ab, hau ab. Nein, ich riskiere es. Geh du weg. Ich kam nicht weg. Bist du... Du darfst nicht springen, du darfst nicht springen. Plus, belebe mich wieder schnell. Gar nicht. Warum nicht? Weil ich, äh, Doppelschuss hab. Ist das dein Ernst vielleicht? Ja. Ja, ich musste heilen. Dann geh mal die Zirn aufladen. Ne, geh ich nicht. Was machst du denn? Komm wieder rein. Okay. Bevor du auch nicht, dass du auch noch verwichst. Das würde passieren. Ja, deswegen meine ich das. Ich drehe mich aber gerade im Kreis. Dann kann ich nicht so viel. Der muss mir erst wieder suchen. Oh. Da kommen die Hände von hinten. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund. Damit du so schnell immer viele Sachen wieder auf. Oh, hier ist wieder ein Gegner draus. Fuck. Egal, Versorgung. Schock. Geh nicht rein. Komm nicht rein. Komm nicht rein. Bin schon. Bin schon drin. Oh. Keine Gummiente. Keine Gummiente. Keine Gummiente. Keine Gummiente. Keine Gummiente. Hier, Fress. Nein. Lauf nur, lauf nur, lauf nur. Ja, sein Gesicht. Seine Maske. Hm. Pfff. 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 Okay, wenn du auf diese komischen Dinger läufst, ne? Dann kommt immer was raus. Immer. Ja. Ja. Pfff. 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 Du siehst, als wäre der Schaden, im. Mh. Oh. Halleluja. Und Knack, Knack. Nächste Maske. Oh, ich bin genau... Auf einen. Nein. Jetzt bin ich auf dem Ding. Pfff. Schaden, Schaden, Schaden. Pfff. Pfff. hier ist einfach nein das macht er bitte nicht gehe ich wieder oder zieht mich ran die alle sau okay laufen ist laufen ist die einfachste sache centus mein leben so bist du ich mache fähigkeit laufen dass ich irgendwas mit schaden kriegt nein wo bist du wirst du bist du du kannst das ist unendlich nein ich kann das so lange wirst die fähigkeit das ist unendlich dein kopf ist weg jetzt kommt der nächste nachladen nachladen alles wir schaffen es schon ja klar regenerieren oh poison das sieht geil aus haltu belli wie geil sieht er jetzt aus ich finde den grün voll geil hat was der macht pipi der macht lemon party isaac lemon party aua ja das hast du schon ne mit was denn ich habe kein gegner hier um mich nein ich lebe wieder ich auch und ich bin auf dem ding gelandet ja nicht egal ja egal fick dich du sagst hier in dem lemon party du sau fräst das aber ich bin nicht in pipi gelandet oder ne mach der hände mach der hände mach der hände mach der hände patschers eischern eischern eis viel bei eis jetzt e e e ich muss meine waffe ändern oh oh alter wo kam der denn her aaaaaaah hilf mir lemon party was macht der mit seinen patschern hier hinten hilf mir was macht der was macht der tschüss oh lemon aa kommt von oben lempipi macht der grad also ich muss kaffee weg ich muss meine scheiß waffe wechseln eischaden das ist geil mit eischaden ja ich will ja grad eischaden machen wow ah fuck hoch hier ah ich will noch eine höher danke find's geil dass du hoch schweben kannst immer und fräß eischaden eischaden ja aber der frisst ja grad gut weg also hab ich ne eischaden 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 also wegen eischaden eischaden eischaden